Dann schauen wir noch mal kurz auf den Markt. Wie teuer ist denn 2000? Richtig laut, richtig schorden. Schießt nur, dass wir noch kürzer Reichweite haben. Aber Genauigkeit ist da noch besser, muss man echt sagen. Okay, und die andere, die Modo? Die haben wir schon gehabt. Und die MK-18 ist dazukommen. Etwas mehr schorden, etwas lauter. Ich würde dem Faisal ja gerne D-D geben, aber bis wir die Modo freischalten, das dauert. Aber ich glaube, wir können uns auch mehr Gegner leisten. Deswegen werde ich jetzt mal Schwierkeitsgrad höher stellen. Warte mal, wir könnten aber was verkaufen. Sell. Ganz. Toll, 20. Ja. Ja. Das lohnt sich richtig. Gladiator. Nein, die anderen haben alle Höllen mehr. Die... ...möchte ich jetzt eigentlich nicht hergeben. Das können wir verkaufen. Ach ja, aber wir können ein paar Kanaten kaufen. Wo ist denn da? Consumable. Verleißen-Eintritt. Verleißen-Eintritt. Drei davon. Das geht ja wohl. Und noch drei davon. Weil Spaß macht. Hehehe. Ich passe auf meine Leute auf. Die müssen ausgerüstet sein. Äh... Trigger-Suspension. Er öffnet ganz so equipt. Okay. Ach so. Logisch. Im Gürtel. Wo kriege ich das her? Wo bekomme ich die... ...die Sochen denn her? Oder kann ich die nur kaufen? Du kriegst das? Ach logisch. Das wird nur beim Eingang sein. Also bei A, B. Bei allerersten Aktionen. Wie sie einsteigen. Mhm. Okay. Schade. Okay, die haben Medi-Pack. Was bringt... Energy-Drink Medi-Pack. Okay. Ähm... Warte. Dann kriegst du auf jeden Fall mal... ...im Gürtel. Einmal das. Und statt Medi-Pack bekommst du... ...hach mal sowas. Equipped. Ein Gerät-Drink. Keine Ahnung. Einfach mal probieren. Und jetzt wieder an die Arbeit. Wir sind noch immer in der Türkei. Das haben wir gerade geschafft. Und wir probieren mal auf Hard. Okay, drei Bereiche wo man reingehen kann. Das sind alles potenzielle Räume, wo noch Gegner rauskommen könnten. Okay. Der Volteric kann... ...Türen versperren. Und könnte ja dort die Tür sperren. Das heißt, du gehst bei A rein. Mit Unterstützung von Volopetri. Joe geht bei B. Da rein. Und zwar leise. B. so fessel bei c und macht richtig kroch da hoch ist nix genau so legen wir los du versperrst gleich mal die tür ok du kannst nur eine tür versperren, du versperrst diese tür gleich mal so die seite check die seite scho schlecht rein naja ok machen wir lieber mit vollen als mit der normalen geschwindigkeit dann Okay, das ist dann generell da drüben. Entteuer. Das ist schon okay, so. Also, ihr wisst halt, was zu tun ist. Kümmert euch darum. Okay, der hat ihn da erwischt. Der ist da anscheinend raus. Nein, Pfesel ist total ins Kreuzfeuer geraten. Er hat ihn zwar da noch erwischt, aber... Es steht schlecht um Pfesel. Es steht sehr schlecht. Joe hat noch Glück. Aber ich glaube, das schafft er jetzt auch nicht mehr. Wieder einmal ist Pfesel erwischt worden. Du musst da jetzt hochstürmen. Das geht nicht anders. Du musst da jetzt einfach hochstürmen. Roger. ok und da hinten sind auch noch zwei ok es ist schon auf hart ist es etwas anders versuchen pfesel zu retten wieder mal roger nein perma-deaf L-down soldier was killed next time he needs to be defend for a reminder of the mission just this once we have the opinion to revive him on the spot plan more careful in the future na ich muss so fair sein ich muss pfeso sterben lassen ich war zu voreilig zu sehr aufgesplittert das könnte jetzt wirklich das ende sein ähm wer sind jetzt wo das bist du DT ist versperrt DT 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 Hierzu müssen sie jetzt schaffen. Die halten wirklich sehr viel mehr aus, muss ich sagen. Die halten wirklich richtig viel mehr aus, das sind alle down. Er kann jetzt nicht machen, dabei kann der nicht schießen. Oh ja. Das war's. Eine kurze Spärkeminute, in der nur ich rede. Ja. General Joe und Wolle Peti haben es zum Glück geschafft. Aber wir haben daraus gelernt und wir werden es auf jeden Fall besser machen. Und wir werden es bis zum Ende besser machen. Also gut. Mal schauen, was wir die Rekruten hergeben. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. werden natürlich noch umziehen und es muss ein fehlsel im team sein so fair muss es sein aber es wird nicht irgendein fehlsel sein es wird adlauge fiesel direkt schon was mit wir werden direkt schon bleiben Das war's für heute. Das nehme ich jetzt persönlich. Wofür machen wir sonst die Kanne? Okay. Das ist gleich. Du wirst verdummt gut ausgerüstet. Nee, du musst dir der Gold erst verdienen.